Und damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Nilpulas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich mal heute mal zur Abwechslung mal wieder auf iPlayTobi tatsächlich. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich jedem so freuen. Und empfehlenswert, Leute, macht den Glitch am besten nicht nach. Ich empfehle es euch wärmstens, denn es ist erst, glaube ich, jetzt über einen halben Monat her, aber schon ein bisschen. Ich glaube, es kommt trotzdem immer wieder noch vor, dass Fortnite-Spieler bandweise Glitches oder irgendwelche Hacks ausnutzen. Also von meiner Seite aus, lasst es am besten sein. Nicht, dass ihr irgendwas riskiert und euren Account damit verliert. Und es ist besser, wenn ihr euch die Sachen quasi erspielt und nicht irgendwelche Glitches oder sonst was dafür benutzt. Ist einfach so nicht geil und ist auch nicht empfehlenswert, muss ich einfach so sagen. Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen neuen XP-Glitch von mir, denn ich brauche unter anderem noch hier die Konto-Level für die extra Skin... Ja, Bro. Schnell zwei Level mit XP-Glitch. Ja, aber Bro, dann spiel doch ganz normal. Du hast deine täglichen Aufträge, du hast die eingebundenen Aufträge, du hast Meilensteine und du kannst auch noch RDW spielen. Zu was, dann überhaupt noch XP-Glitches benutzen, Diggi. Das ist so sinnvoll, wie im Casino Blackjack zu spielen und dann sein ganzes Geld auf den Kopf zu hauen und nur wegen Blackjack sein ganzes Geld zu verzocken. Also, tut mir leid, also I play Tobi, ich nehme dich da echt nicht mehr ernst, weil scheinbar hast du aus deinem letzten Band ja nichts gelernt, so wie es aussieht. Ich würde so lachen, wenn der jetzt nochmal gebannt werden würde. Einer von euch brauchen die sicherlich auch noch und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Weil ihr müsst euch geben, mit ihm habe ich leider kein Mitleid mehr, weil der macht jedes Season, jedes Season macht der den gleichen Scheiß. Er tut wirklich jedes Season XP-Glitches hochladen. Ich meine, bis jetzt war es so gewesen, dass Ward natürlich ja nicht deswegen gebannt hat, aber jetzt greift die halt härter durch. Und dass er halt sowas noch hochladet, Digger. Also, mit dem Titel und wahrscheinlich noch mit dem Format, man sieht ja die Map, wo er das gemacht hat. Und ich will gucken, ob das funktioniert, wenn ja. Also, ich werde es nicht ausprobieren persönlich, aber wenn man das in seinem Video sieht, dass es wirklich ein XP-Glitch ist, wo er benutzt und so weiter. Also, da muss ich leider sagen, tut mir leid, I play Tobi, hast deine Glaubwürdigkeit verkackt. Wir gehen mal auf Spielauswahl und hier oben auf Inselcode. Dort geben wir hier folgenden Map-Code ein. Und zwar ist das die 6, 1, 2, 1. Dann 7, 8, 4, 1. Und 4, 9, 8, 6. Das Ganze wollen wir in der Version 15 spielen, deswegen geben wir noch ein V und ein 15 hinten ein. Er macht es halt wirklich. Und dann kommt ihr hier auf diese Armor-VIP 1 vs. 1 Map. Bro, I play Tobi, juckt scheinbar nicht, dass Leute wegen XP-Glitches oder wegen Hacks gebannt worden sind. Und jetzt macht der dieselbe Scheiß wieder und wird wieder gebannt. Wichtig nur, macht das Ganze immer im privaten Match. Einfach aus dem Grund, damit ihr das in Ruhe machen könnt und keine Gegner habt, die dann euch das nicht killen wollen. Level-Skilling ist übrigens gegen die Richtlinien von Fortnite, weil du dir damit einen unfairen Vorteil erspielst. Ja, das kurz dazu. Weil du dann schneller leveln kannst. Zu als Erklärung. Wichtig nur, Version 15, wenn ihr was anderes macht. Version kann sein, dass das Ganze nicht funktionieren sollte. Ansonsten sollte das ja auch noch in einem Monat oder so funktionieren. Deswegen probiert es gerne aus. Und ich zeige euch mal kurz, was ihr machen müsst. Dort, um ordentlich XP zu bekommen auf dieser Creative Map. Ich spüre es. Sollte eigentlich wieder relativ schnell gehen seit dem Update. Ich hasse den Typen. Genau, perfekt. Wir sind drin. So sieht das Ganze aus. Wisst ihr, ich hatte ja vorher nichts dagegen, weil er das gemacht hat. Aber seitdem er gebannt worden ist und Fortnite da strenger durchgreift, da kann ich nicht verstehen, wie tut er seinen Zuschauern nochmal sowas anbieten, obwohl doch jeder weiß, dass du dafür gebannt werden kannst. Oder dass du zumindest ein paar Stunden eine Sperre dafür kriegen kannst. Allein schon das wäre es mir ja nicht wert. Wir brauchen nicht unbedingt warten, was ich zuerst mache. Ich trage den Creator ein. Einfach Steuerkreuz hochdrücken bei mir. Support den Creator sitzt rechts. Und dort könnt ihr wieder eintragen, wenn ihr wollt. Wichtig ist nur, ihr tragt jemanden ein. Ich trage immer meinen Creator-Code ein, dass ich auch nicht vergesse hier. iPlay Tobi könnt ihr ebenfalls machen, falls wir das Ganze... Ja, für das Video noch schön einen Creator-Code reinballern. Wer kennt es nicht an der Stelle? Ich meine, Support ist wirklich kein Mord. Aber das Ding ist halt, wenn man schon so ein Video macht, dann würde ich mich doch schon im Grund und Boden für ihn schämen. Es tut mir leid, dass ich ihn gerade so hate und dafür richtig niederrede. Aber wie kann man so realitätsverblendet sein? Es ist einfach so. Es tut mir leid. Wenn ich da vielleicht manchen Zuschauern von iPlay Tobi ins Gesicht schlage, quasi jetzt nicht ins Gesicht schlage, aber damit ihn vielleicht beleidige und sonst irgendwas mache. Aber das Ding ist halt, man muss doch das mal realistisch sehen. Leute werden jetzt für solche Vorteile oder sonst was gebannt, auch weil sie halt irgendwelche Glitches für den Hammer benutzt haben. Und das Gleiche geht dafür auch jetzt inzwischen. Und Fortnite bann dafür auch, Leute. Und Leute, die das aussetzen, werden auch gebannt. Wieso macht er das denn dann? Warum macht er darüber ein Video? Ich verstehe es nicht. Und gefällt, ihr mich supporten wollt. Kuss geht auf jeden Fall raus. Und ja, perfekt eingetragen. Und dann starten wir das Spiel auf Dreieck. So, jetzt warten wir nochmal ganz kurz. Dann kommen wir auf die Map. Drei, zwei, eins. Hab ich auch schon passende Titel dafür. So, so sieht das Ganze aus. Und wir laufen jetzt nicht direkt hier in die Rifts rein auf die Map, sondern drehen uns hier nach rechts einmal und dort in die Ecke rein. Also ihr seht, auf der Mini-Map ist es einfach oben links. So, und dann seht ihr hier schon so ein XP-Button. Und da drücken wir drauf. Und dann haben wir direkt hier eigentlich, genau, AFK-XP. Und die laufen jetzt schon mal direkt durch. Und das sind ordentlich, 100, äh, 100 circa pro Tick. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Und die nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Was ich jetzt mache, ich laufe jetzt einfach in irgendeinen Rift hier rein. Übrigens, ich wundere, ich bin ein bisschen erkältet, also einfach nicht dran stören. Und, ähm, jetzt gucke ich, hier gibt es mehrere Abteile. Da gibt es so ein Sky-Mode, Service, Service Corner, okay. Ich weiß keine Ahnung, was das heißt. Äh, Weapons, äh, ist, glaube ich, hier ein Wortspieler. Ich habe keine Ahnung, wie die Wortspiele auf Englisch sind. Äh, wir laufen auf jeden Fall in die Service Corner. Tja, jetzt läuft es nicht mehr, du. Jetzt kriegst du nur noch 108er-Ticks. Nein, das Ganze ist auf der Mini-Map, ihr seht es ja unten links. So, und dann ganz hinten einfach in die Ecke hier laufen. In die Ecke hier, zack, reinlaufen. Und dann guckt ihr nach oben. So, und dann müsst ihr ein bisschen gucken. Da ein bisschen weiter rechts, da ist der XP-Knopf. Und den drücken wir einmal. Dann kommen wir zurück. Und dann bekommen wir jetzt richtig viel XP schon mal. Ich mach mal Camp kurz hier weg. Dann sehen wir auch, dass es angezeigt wird. Hier verdienen EP ein Erlebnis von Creators. Wird auch gezählt. Von daher passt das auf jeden Fall. Und ich habe direkt schon hier über 10.000 nochmal direkt dazu bekommen. So, ich denke mal, auch das war's. Von daher blende ich Camp wieder ein. Was wir jetzt machen, wir gehen zum nächsten Punkt. Einmal hier wieder in die Arena rein. So, und dann wieder zu diesem Bereich Services Corner. Also unten. No, by the way. Für Leute, die das wirklich ausnutzen sollten. Ich übernehme da keine Verantwortung darüber, weil ihr euch das, äh, Dings unbedingt machen müsstet. Es steht in eurer eigenen Verantwortung, ob ihr für solche Sachen gebannt werden wollt oder nicht. Und das Ding ist halt, dass iPlay Tobi so einen Dreck macht, das finde ich sowieso schon wieder schlimm. Weil das Ding ist halt, er wurde doch erst letztens, ähm, glaube ich so Richtung Neujahr, wurde er ja erst mal für ein paar Stunden gebannt. Und da ist er auch selber schuld dran. Muss man einfach sagen. Wo wir gerade waren. So, und dann gehen wir rechts davon. Also einfach hier ist das Service Corner und wir gehen rechts davon. Und bauen jetzt einfach 16, ähm, Böden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn und sechzehn. So, und dann müsst ihr eigentlich hier oben, genau, da ist er, XB-Button, ihr seht ihn direkt vor mir. Dort drücken wir drauf, wir kommen wieder zurück und wir sollten wieder ein paar XB bekommen. Ich mach Cam wieder weg. Okay, das ist wieder ordentlich. Ja, cool. 4.000, 13.000. Ich bin gespannt, es zählt immer noch ein bisschen. Ich hab auf jeden Fall den, äh, täglichen, die tägliche Aufgabe jetzt schon dazu. Okay, das war wieder auch einiges. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann gehen wir wieder zurück hier einfach rein. Also Spielchen wie immer eigentlich hier. So, das nächste. Diesmal waren wir dort. Ich geh einfach im Uhrzeigersinn. Diesmal gehen wir hier zu Sky-Mode und rechts davon in diese Ecke. Ich weiß schon, warum ich das nicht mehr mach. Das ist jetzt auf der Minimap oben links. Und dann dreht ihr euch nach hier. Also ihr guckt quasi auf der Minimap einfach nach oben. Und hier baut ihr jetzt einfach, ähm, fünf Treppen hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann fünf geradeaus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und dann läuft er gerade aus. Und dann kommt da wieder direkt hier so ein XP-Button. Ihr seht, da ist er. Drück ich drauf. Ich komm wieder zurück. Ich mach wieder Cam weg, was es hier gibt. Zwölftausend, achtzehntausend, vierundzwanzigtausend. Okay, der lohnt sich doch schon. Da kam jetzt einiges. Und ich hab direkt schon jetzt meinen ersten Level-Aufstieg hier. Level 212. Ich hab auch gar nicht geguckt, wie viel ich am Anfang noch brauchte. Also ein Level soll es auf jeden Fall werden bei euch. Von daher probiert es hier auf jeden Fall mal aus. Aber ich hab natürlich noch ein paar mehr, die ich euch zeigen möchte. Auf der Map. Los. Kommen wir wieder zurück. Ich schwöre, der macht mich so aggressiv. Jetzt waren wir da. Jetzt gehen wir zur anderen Ecke. Und zwar nach dort. Kannst du doch gleich sagen. Minimap einfach oben rechts. Da kannst du doch gleich sagen. Ja, die Dinger sind überall auf der Map verteilt. Und wir gucken quasi wieder nach oben. Also ihr seht, Minimap oben rechts. Und wir gucken einfach nach oben. Hier baue ich jetzt acht Treppen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt nach vorne. Ich glaube sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, jetzt guck ich nach vorne. Genau, da ist es. XB. Wir drücken wieder drauf. Zack, kommt zurück. Und er zählt wieder ordentlich hoch. Ich mach Kämmer da weg. Dann seht ihr, dass es zählt. 27, 34, 39. Jetzt ist sogar mein extremer XB-Boost weg. Aber ich bekomme immer mehr XB hier. 48.000 XB. Okay, das hat sich auf jeden Fall auch wieder gelohnt. Und man sieht, ob XB-Boost oder nicht. Man bekommt ungefähr gleich, außer bei den AFK-XB. Das ist immer ein bisschen mehr beim extremen XB-Boost. Ansonsten ist es eigentlich relativ gleich. Jetzt wird sogar in dem Fall ein bisschen mehr. So, das war jetzt der, ich glaube, vorletzte. Einen habe ich auf jeden Fall noch vor euch. Ich guck mal kurz. Und zwar waren wir jetzt dort. Wir waren jetzt dort. Und dann haben wir noch einen bei der Weapons-Arena. Wepones. Und zwar einmal links davon jetzt hier. Weapons. Rechte Seite. Wir gehen einfach links von der Weapon-Arena. Hä? Und dann bauen wir jetzt wieder 8 hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 7 meine ich nach vorne. Wir gucken einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und vorne, genau. Da ist der XP-Button. Den drücken wir auf jeden Fall wieder. Zack, gedrückt. Und wir gucken, was es diesmal gibt. 6.000, 11.000, 14.000, 15.000, 19.000. Und ich habe sogar meinen nächsten Level-Aufstieg. Zwei Level-Aufstiege. 31.000 XP. Und ich habe jetzt sogar schon dieses Selen-Auftrick abgeschlossen damit. Perfekt. Neuer Stil. Somit direkt eingesackt. Und bis zum nächsten Level dauert es auch gar nicht mehr so lang hier an dieser Stelle. Und ja, das waren alle Sachen, die ihr machen könnt. Also nehmt auf jeden Fall die AFK-XP am Anfang mit. Ansonsten habe ich gezeigt hier rein. Und was ihr jetzt machen könnt, wie immer. Einfach komplett hier aus der Map wieder rausgehen. Zurück zur Lobby. Und wieder reingehen. Nur wichtig, guckt drauf, dass es oben Version 15 ist. Und dann könnt ihr alles nochmal durchgehen. Auch gerne schneller, wie ich. Ich habe es ausführlich gemacht, dass ihr das ordentlich versteht. Ansonsten war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video. Heute rein und ciao. Ciao. Ich gucke jetzt. Ich gucke jetzt in seinen Kommentaren, was da steht. Ist mir scheißegal. Bei mir gab es gute 160.000 XP. Danke für dein Prima-XP-Geld. Äh, war bei Level 80, braucht noch 90 XP. XP, danke für euch. Es wird 82. Äh, am Ende. Ihr habt noch ne Minute auf K. Gewartet, 3, 3, 3, 3. Till wäre in der Influenz eingetragen. Ich glaube, ich habe gesagt, er wurde. Holy Shit. Was in der Map weit mehr hat. Ton rausgegangen. War ich später. Danke für ein XP. Wie ist das? 3, 3, 3, 3. K. bekommen. Am zweiten durch. Geht grad 20. Ich bin jetzt 57. Ach, kommt. Es save wird Fortnite jetzt wieder ein paar Spieler. Deswegen, Mann. Ich seh das so kommen. Ich seh das so kommen. Einfach nur deswegen. Das macht mich schon wieder wahnsinnig. Egal. Na gut, Leute. Macht das auf jeden Fall bitte nicht nach. weil ich sag's euch, wenn ihr dafür gebannt werden solltet, dann ist es sehr gefährlich, weil XP-Gridges auszunutzen, das ist gegen Fortnite-Richtlinien tatsächlich, gegen Epic Games oder Fortnite-Richtlinien besser gesagt, ist es sich so ein Vorteil zu verschaffen, wurden auch schon einige Spiele, das wird gebannt. Deswegen macht das auf jeden Fall nicht nach. Geil Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu zu verpassen. Geil Daumen nach oben da lassen, würde mich ebenso freuen. Und ja, das ist jetzt nicht, weil ich gegen iPlayTobi, so mit abschließenden Worten, irgendwas habe, es geht einfach nur für mich, weil wenn du sowas machst, dann ganz ehrlich, kann's wirklich sein, dass dein Account weggenommen wird und das sollte ja von keinem von euch passieren. Ich will am besten, dass das nicht passiert und deswegen bin ich da auch ganz offen, dann sag euch das und haut es an der Stelle auch raus. Na gut, dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye!